Ja und wieder von hier. Geil. Habe ich schon erzählt, dass mir das Spiel immer mehr Spaß macht? Nein, sollst da nicht durch. Ja, geh da rein, genau. Schwierige Geburt, ey. So, jetzt kannst du da durch. Och, geh doch da durch, Mensch. Alter, also manchmal kapiert hier auch echt nichts. Ach, ich habe noch 6 Schuss. Okay. So, Violet. Jetzt bitte keinen Schuss verbrauchen für den Typen. Da fährt ja extra das Messer. So, wo ist denn der? Komm, wo steckst du? So, schnell. Oh, schnell, schnell. Ab dahinter. Also ich glaube, wenn die einen Helm aufhaben, bringt das nicht viel, darauf zu schießen, weil der Schuss geht eh nicht durch. Ja, hoffentlich, ne? Komm, bleib mal stehen. Schnaps wäre jetzt gut. Ja, wem sagst du das? Jetzt wäre ein Schnaps echt gut. So, und wieder da hin. Und dann legen wir dich ab. So. Boom. Okay, ich weiß, wie ich ihn kriege. Da müsst ihr euch jetzt nur ein bisschen gedulden. Ich weiß genau, wie ich den kriege. Ich muss nur wissen, wo der anhält. Da, okay. Oder da. Komm. Mach's, das gibt's auch nicht. Halt die Klappe, Mensch. Schnell weg. Okay, ich wollte es eigentlich nicht so machen. Ich wollte hier auf den warten, bis er wieder hier kommt. Aber so geht es natürlich auch. Scheiße, voll angestarkt. Oh, der ist alarmiert. Mist, Mist, Mist. Das kann ich denn nicht mehr. Das darf ich alle machen. Wie machen wir das jetzt? Ja, genau. Hau mal ab. Genau. Tür wurde von der Anseite verriegelt. Toll. Soll ich da reinkommen? Kann man hier vielleicht... Nee, kann man nicht. Oder kann man hier vielleicht rein? Nee. Ja, wie soll ich denn dann da reinkommen? Jetzt mal ganz ehrlich. Hä? Verstehe ich gerade irgendwie nicht. Ach, ich weiß wie. Moment. Wie hast du mich Flitzchen genannt? Alter, schäm dich, ey. Mach das Ding auf. Komm. Alter. Gib. Ja, ja. Genau. Diesmal. Ach, komm, komm. Mach mir das Tor hier auf, Mann. Mann. Mann, wie oft muss ich noch pfeifen. Oh. Hey, Mann. Ach, verdammt! Ey! Mann, ey, da krieg ich doch die Motten, ey, ohne Witz. Ja, toll. Ja, ohne Witz, ey, wir gehen gleich wieder so durch, ey, ohne Scheiß. Komm. Das gibt's nicht, ey. Das gibt es einfach nicht. Wo ist denn der? So, jetzt. Schnell, schnell, schnell. Schnell. Ja, ja, genau. Hust immer noch einen. Und dann, äh, bleib mal stehen, bitte. So. Bah, Alter, ist ja ekelhaft. So. Jetzt steppen wir den guten Kollegen hier mal in die Ecke. So. Dann genau licht ich da hin. So. Problem ist, ich kann dem nicht viel. Weil der hat den Helm auch, sonst würde ich ja die Pistole benutzen. Ich weiß jetzt, wo der stoppt, deswegen warten wir einfach mal hier. So. Einfach mal hier kurz ein bisschen die Landschaft genießen. Auch ein bisschen die Grafik. Und dann passt das schon, ne? Ja. Ja, komm, 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 komm hier hin. So. Und jetzt. Zack. Und schon haben wir ihn. So, du kommst hier hin. Hat der was dabei, oder? Nee. Ja, aber wie sollen wir denn da reinkommen? Ansonsten. Mann, das muss doch irgendwie gehen, verdammt. Ja, hier, Junge. Geh doch mal durchs Tor. Alter, komm. Genau, diesmal, ne? Du stehst einfach hinter dem Heck hier und machst gar nichts, aber diesmal erwischst du sie. Genau, genau. So, komm. Ja, hier. Mensch. Ja, warte, warte. Ja, komm, 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 komm. Komm doch hier einfach durch. Ja, ja. Toll, cool, umsonst verballert. Das gibt's auch nicht. Komm raus, du Miststück. Hallo? Sind das für Ausdrücke, Mann? Ach so, ich kann... Ja, das war wieder sehr feindlich. Ich kann da einfach durch, okay. Nee, 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 das probiere ich nicht nochmal. Ist der Entfernung. Komm mal hier hin. Geh aber jetzt hier kein Risiko mehr ein, ey. Oh, der hat fast dabei. Verrostet der Schlüssel, ja, den können wir bestimmt gebrauchen. Aber erstmal verstecken wir den hier. So, ich hoffe, dass hier jetzt keiner ist, weil ich will ein bisschen rumrennen. So, ganz vertrauensvoll sieht das hier auf jeden Fall gar nicht aus. Ne, würde ich mal so sagen. So, erstmal gucken, ob da einer steht. Nee. Und dann durch. So. Und dann, ey, gehen wir jetzt mal einfach hier weiter. Locked. First, I had to find the right key. The key had to be here somewhere. Locked. First, I had to find the right key. So, Freunde. Da sind wir auch schon wieder. Ähm, ich musste gerade leider nochmal bis hierhin spielen. Ähm, da haben wir das Spiel gerade leider irgendwie abgestützt. Aber macht ja auch nichts. Das hat nämlich super viel Spaß gemacht, nochmal bis hierhin zu spielen. Echt. Ich konnte mir nichts Schöneres vorstellen. Naja. Gehen wir jetzt mal erstmal weiter. Gucken, hier ist ein Kellereingang. Ich glaube, sonst kommen wir auch hierhin irgendwo weiter. Kommen wir da noch durch? Hier? Vielleicht? Oh, cool. Komm, tatsächlich. Oh, cool. Ich bin, 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 ich bin Vielen Dank. Vielen Dank.